Der hohe, lange Pferdeschwanz ist Ariana Grandes Markenzeichen. Classy und doch süß. Für diesen Look sollten deine Haare völlig glatt sein. Daher solltest du sie am besten vorher glätten. Wenn du Clipping Extensions trägst, kannst du diese auch vor dem Einsetzen glätten. So ist es etwas einfacher. Achte darauf, Hitzeschutz zu verwenden, auf niedriger Temperatur zu glätten und die Verbindungsstellen deiner Extensions nicht zu berühren. Kämme deine Haare ordentlich durch und kämme sie anschließend nach oben und kopfüber in einen sehr hohen Pferdeschwanz. Er sollte an der höchsten Stelle deines Kopfes sitzen und von vorne zu sehen sein. Befestige ihn mit einem Haargummi. Trage nun Haarspray auf den Oberkopf und kämme die abstehenden Haare mit deiner Bürste glatt in Richtung Zopf. Am besten so lange, bis alles schön glatt und glänzend aussieht. Nimm nun von der Unterseite des Zopfes eine Strähne und wickel sie um das Haargummi herum, bis du nur noch die Spitze in der Hand hast. Mit einem Bobbypin kannst du das Ende unter dem Zopf befestigen, damit man die Spitze nicht sieht. Dupiere den Zopf nun an und zieh ihn ein wenig auseinander, um mehr Volumen zu schaffen. Für dein Outfit kannst du dich an deinen Lieblings-Ariana-Look orientieren. Oversized Hoodie und kniehohe Boots oder hübsches Kleid und High Heels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017